Die neue visuelle Rückmeldung für den Befehl Freies Drehen in 3D ist in einem anderen Film erklärt. Außer den sich frei drehenden Elementen ist es auch möglich, Unterelemente frei zu drehen. Dieser Befehl funktioniert mit Kanten und Flächen. Wählen Sie Morphkanten und Flächen in beliebiger Anzahl aus, klicken Sie dann auf einen beliebigen Punkt auf dem ausgewählten Unterelement und aktivieren Sie den Befehl Freies Drehen auf der PET-Palette. Dann klicken Sie auf drei Punkte, um den Mittelpunkt, den Anfangspunkt und den Endpunkt des Rotationsbogens zu definieren. Die Rückmeldung wird zeigen, auf welcher Ebene die Rotation erfolgen wird. Nach der Operation Freies Drehen wird der Körper des Morphelements aufgrund der neuen Position seiner Unterelemente neu erzeugt. Wenn eine Kante gedreht wird, werden ihre beiden Endknotenpunkte auch gedreht, was sich auf diejenigen Kanten ebenfalls auswirkt, die mit diesen Knoten in Verbindung sind, und auch auf alle Flächen, die von diesen Kanten umgeben sind. Wenn eine Fläche gedreht wird, werden auch alle ihre begrenzenden Kanten gedreht, so werden auch alle Kanten und Flächen, mit denen sie in Verbindung ist, entsprechend geändert. Doch eine Romphe증. Damit können Sie wiederholen, wenn sie auch alle in den Kanten gespielt haben.